Die rheinische Metropole Köln erwartete seit Jahrzehnten die Rückkehr ihres kleinen Helfers. Und für den Bau des neuen Campus der Zürich-Gruppe Deutschland kehrte er zurück aus ferner Galaxis. Der Heinzelmann reiste von Bonn nach Köln, arbeitete auf der Baustelle der neuen Zürich-Zentrale, half beim Umzug und unterstützte Kinder und Jugendliche in der Stadt. Nach drei Jahren endet seine Mission fast. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020